Dann machen wir jetzt mal Firewall. Yo, also... Sonst geht's denen noch danke mit dem Klötzchen hier, oder wat? Bis sich da oben bedauert das ja ewig und... DREI... Tage. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ach, wie gewonnen, so zerronnen. Boah, das war gerade Matt. Ah! Okay, ganz ehrlich, ist gleich hier schon vorbei. Oh, Scheiße. Wird allmählich schwer hier. Und das muss ich auch Firewall spielen. Naja, ihr kennt mich. Ich mach... Ja! Immer wieder dasselbe hier. La 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 la. Puh, glückart. Again! Wie gewonnen. So zerronnen. Aber das müssen wir jetzt hinkriegen, weil sonst ist hier bald Zappen-Duster im Karton. Na, einer weg. Egal, das ist... Ich bin auf jeden Fall breiter geworden. Komisch, wenn ich nur noch ein Leben hab, dann klappt das eben viel komischerweise besser. Ah, das ist der Druck. Lala la 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 la. Mach das Spiel doch noch so viel Spaß. Zumindest das Firewall-Game. und und sie haben ein weniger und 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 da kann man nichts machen und und jetzt mal einmal nach oben kommen für den sich darum ein Arsch treten aber War so richtig. Jawohl. Two auf einen. Sorry, dass das jetzt hier so lange dauert, aber wir sind es ja selbst, dass es dauert. Ah. Oh, kleiner und größer wieder. Two balls. Ich hab das Gefühl, es wird schneller. Ah, eine weg. Finde das nicht schön, dass das hier jetzt... Ah. Ah, Gott sei Dank, jetzt ist es wieder normal. Und nochmal. Ah, jetzt nicht mehr. Oh Mann, hoffentlich schaffe ich das. Oder habe ich hier noch ein Leben? Ich habe keinen Plan gerade. Aber ist mir auch relativ egal. Ich will es jetzt nicht rausfinden. Aber ich hoffe, das steht hier. Dass ich kein sonderliches Bedürfnis habe, das hier jetzt rauszufinden. Ah, nein, nein, nein. Komm, ein Leben noch, ein Leben noch. Komm, komm. Danke. Boah. Boah. Luck, luck. Aber schon den Rest müssen wir doch jetzt mit dem Kackel hier hinkriegen. Und fange ich an zu heulen. Ein Scherz. Aber da bin ich genervt. Bei Firewall, das dauert. Na, es ist zwar ein schönes Minigame, aber... Irgendwann wird es nur noch nervig. Gerade, weil es so lange dauert. Na komm, ich habe heute noch Termine. Ja. So. Two balls. Again. Zwei Bällen geht's einfach. Sehr, sehr. Viel schneller. Ja, da opfere ich lieber. Bevor ich da... Einen nach oben wäre mal nicht schlecht. Achso, jetzt hab ich die Power wieder verloren. Ah, so gefällt mir das. Ohaha, ohaha. Na, ich glaub lieber erst mal bei allem. Oh, scheiße, ich wär noch beide wieder freigegeben. Das ist nicht lustig. Überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Lass jetzt mal einen nach oben kommen. Dann ist aber Achterbahn. Oh, Mann. Kommt, das sieht aus, als wäre das einer. Dabei sind es zwei. So. Ah, vier. Ja. Boah. Hat auch lange genug gedauert, meine Herren. Äh, was machen wir jetzt? Ach, komm. Machen wir das jetzt. Ja, dieses Spiel mich ja auch so schön ärgern möchte. So, ein paar Kombi brauchen wir noch. Mehr Dornen. Niemals. Och, das war sogar richtig. Geil. Ja. Achso, gleiche können wir gar nicht tun. Ey. Ey. Hallo. Ach Gott sei Dank. Hab grad schon gedacht. Na, machen wir mal Laila. Guter Laila. Ja. 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 Taktbox. Und noch einmal flug den Drachen und dann haben wir dann auch schon wieder erledigt. Ja, das ja auch so viel Spaß macht. Ja, Taktbox und noch einmal flug den Drachen und dann haben wir dann auch schon wieder erledigt. Ja. B-B. 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 Unten. 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 Rechts. Rechts. Unten. Links. B-Links. B-B. B-B. Ich glaub bei der Tanzmathe wird dieses Spiel mehr Spaß machen. Also das hier. Obwohl da ich ja auch so der Super-Tänzer hier bin. Was war's denn? Yeah, 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 yeah! Was geschafft? Ne, nur die Strophe. Da hatten wir's wieder! Yeah, yeah! Yeah, yeah, yeah! Geil! Sag es noch mal. Yay, yay, yay. Boah, voll die... Hardcore-Techno-Mucke hier im Hintergrund. Yay, yay, yay. Da war es wieder. Yay, yay, yay. Mal gucken, ob Michael Jackson auch noch kommt. Oh, Mann. Boah, der Hintergrund ist ja richtig ekelig jetzt. Boah. Aber trotzdem, es wird schwer. Oh, Gott sei Dank. Fertig. Boah. Aber ganz ehrlich, äh... Das Spiel mag ich nicht. Fertig, 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 fertig. Okay, nur noch Blumen und dann... Ah, können wir sagen, wir haben da sie in den Arsch treten. Wir schießen einfach... Vorher schon ein bisschen... Schattenviecher hier. Treten alle mit den Arsch, la 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 la. Ja, wir haben es drauf, haben wir es drauf, wir haben es drauf. Okay, das hat es jetzt nicht gebracht. Ist das schneller geworden? Ja, endlich fertig. Yay. Ja, wir sind weg. Ich muss... Stella. Loser, ihr habt nicht geschlagen. Aber Icey und Stormy sind gerade mit dem Codex abgehauen. girls, ihr habt die Frist-Planik. Tschülpflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflm.